Aus einem geheimen Grab in einem fernen Land ist die Mutter aller Vampire auferstanden und sofort schlägt sie wieder zu im Bordello of Blood, wo die Freier zwar ein... Abendmänner. Total verschärft. Aber nicht ausgehen. Mr. Gartman, haben Sie meinen Bruder gefunden? Er und sein Freund sind wahrscheinlich in ein Bordell gegangen. Kann ich beginnen. Willkommen in einem neuen Kapitel des Horrors. Wenigstens weiß er jetzt, was an ihm nagt. Nämlich Sie! Lucy, ich bin daheim. Die Party geht los. Entschuldigung, ich habe Wohneintopf gegessen. Ich will erst sehen, was du zu bieten hast. Also, das hört sich wirklich verlobend an. Universal Pictures Das ist Weibers am Mann! Dennis Willer Eine letzte Stunde! Treffer Geschichten aus der Gruft präsentieren Bordello of Blood Sie sehen so cool aus. Sie müssen der Bruder von Mickey Rook sein. Ich kann es kaum erwarten. Glückwunsch! Machier Gallop Der Grille Vielen Dank.